ein abgeprallt am jagdpander ja wenn der gut steht da ist doch gut schräg aber hier das überlegen angemeldet alles alles geschaltet angemeldet hast du aber fernseher und internet und alles nee also in als in der wendung musste machen junge so zeitig wie möglich wie gesagt ja mache ich jetzt und ich habe ein monat gewartet nur in der spüche sollte es über das blöde in der gute monat lang überhaupt nichts scheiße nicht getroffen wirst du echt auch ist hier kann jemand helfen ja freilich bin ich gegen die IS-3 ja ja IS-3 geht mir übelst für den Pisser Tico prallt ab IS-3 geht auf die Mappe der ging voll durch ihre Panzerung Antenne beschädigt sie mal ob du jemanden erreicht IS-3 ihr hittet mich ja gerade übelst an ey leck mich am Arsch ha alles gescheiden ich habe schon zwei gekillt ne jo oh leck mich doch am Arsch das ist doch nicht abpraller abpraller fuck Junge er kann ja mal runter kommen da gäb ich ne eh ne mit was dem schießen du alles was sich bewegt ich gehe jetzt mal auf den Tico habe ich gerade leicht angeknabbert vollen mitgegeben ja wir alle wir sind drei Panzer hier drauf und haben alle auf uns ja weißt du hatte ich letzten Tage schon ab und zu mal so bei bestimmten Bewegungen im linken Arm dass ich so am linken Schulterblatt leichte stechende Schmerzen hatte hier hinter dir wow wat Junge kann man mal äh das äh hallo ich komme ja schon das war's für uns raus hier was ist das für ein homo daneben scheiße ich lau zu lange nach ja jedenfalls hatte ich jetzt ja schon die letzten Tage ab und zu mal ging morgen aber wir wieder weg hm nur so leichte Schmerzen und heute früh tue ich beiden Eltern äh weil ja im Urlaub sind ne Schnee wegkehren und da muss das muss ich so ne dumme Bewegung gemacht haben mit ehemal mörderischen Schmerzen ich hab's nur noch mal kurz auf Arbeit probiert ne Stunde aber dann hab ich gesagt Leute ich kann überhaupt nicht ich muss weg jede Bewegung tut weh jede hab ich zwei Tabletten gekriegt eine Tablette reingezogen hm hm der Dorf sagte Frühschmerztablette und abends auch noch irgendwas anderes ne stärkere Tablette hm und die abends die macht auch müde jedenfalls hab ich die Frühschmerzen reingezogen in die Tablette bin ich erst noch weggemufft zwei Stunden hm 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 ich bin zur Apotheke hab gesagt ich hab's mir irgendwas falsch geschrieben ne normalerweise muss ich die da abends nehmen und ich hab gesagt nö nö von der Tablette werden sie ein bisschen müde die heute Abend wird sie komplett umharrn he 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 ich sag's ja wahrscheinlich dass wir so ordentlich Drogentümer nehmen ja die sollte man auch nehmen kurz bevor man ins Bette geht weil das haut ihnen echt um das Ding total geil der mit Drogen verschrieben hm 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 ein Kumpel und die Gute gehen Kaffee Koffer verwendet 12 Prozent Gange keiner von hinten kommt ist mir das egal ja hier steht wieder einer am am Anfangspunkt bewegt sich hm wach hier hier wach 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 kaffee nie die die in gut die sind die alle tot nee Wach wach Scheiße! Scheiße! War ja klar, dass es früher oder später in Erinnerung kommt 3000 Schaden gemacht. Scheiße nur. Scheiße nur. So wegen, wegen fehlendem Geld. Kleine, ich kenne meine IS-3 verkaufen. Und hätte da eine IS-8. Könntest du machen. Ich werde den Hobel dann auch raushauen, wenn der Jagd-Tiger kommt. Einen Viertinen würdest du raushauen? Ja, ich fahr dann eh nicht mehr. Achso. Los geht's! Ne, ich habe mir eigentlich nur aufgehoben, den IS-3 wegen Clan fahren, weißt du? Ja. Für Kompanie-Fahrt ist es natürlich gut. Ja. Oder reicht der T-34? Nee, ich gebe ihn nicht gerne weg, weil er einfach gut geht. Aber, was willst du denn machen? Man will ja irgendwann immer weiterkommen. Ich habe ja noch einen Jagd-Pandor rumstehen, den ich auch nicht so viel fahre mehr. Ganz selten mal. Mal eine Spaßrunde. Aber intensiv fährst du ein Fahrzeug nicht mehr, was du sagst mal verrückt, Junge. Ja. Das war Goldblock, da kommt er aus dem Fall. Hat doch, ey. Schiss gelassen. Ich häng dich ab, Junge. Hier kommt der nächste T-34. Oh, hallo. Nix Centwitch. Fahr mal das Wasser, das war zu langsamer. Noch. Halt. Was ist hier los? Neu T-34, jetzt geht's ab. Oh, leck mich der Ramaz. Ja, fahrt mal alle rüber. Lasst mal den richtigen Panzer durch, ja? Lasst mal den richtigen Panzer durch. Hallo. Ach du Scheiße. Direkt extrem angehittet, der Homo. Wie sie mir alle vor der Kanone rumfahren. Macht euer Ding. Macht doch euer Ding. Wir brauchen diesen Turm zeigen. Hier könnt ihr stehen bleiben. Hallo. Der ging nicht durch. Ja, toll. Na, könnt mir ruhig aus dem Turm schießen, das stört mich nicht. Hey. Ey, die Knüfte weg ist sehr dicht. Ein Appraller. Ein Appraller. Ein Appraller am IS-8. Na gut, ich schieße in der vollhüfte Front. Nächsten abgeprallt. Schwierig, schwierig. Ja. Kommt ihr weiter da drüben? Steht alles so. T4 und Reis. Der ging glatt durch. Ich pralle am T4. Oh, der ist voll durchgeschossen, der Assi. Wo ist denn noch einer? Dort oben. Noch ein T4 und Reis dort oben. Na ja, den habe ich gerade im Visier. Ich habe gleich mal einen zerstört. Jo, ja, das trauen sie sich wieder nicht. Wir haben sie voll erwischt! Ah, ist mal lecker Kaffee. Ja, hitte mich an und dann fahr zurück. Vogel. Ich bin der erste, hier oben. Was bist du? Hier oben? Ja, ich bin der erste hier oben. ich decke hat ja noch die die brücke viele gegner bist du alleine ich bin alleine als kunde hinterher oder erinnerung okay noch ok noch wo ist der d34 in der warte von hier aber das deutsch ich bin nicht so schnell ich will mir erst mit die auti das wird zeit also ich hab voll rücken hier voll die dort die was den jagdpanzer so gwebhandel so weit vorne in was gwebhandel ist hier voll mit an der front wo steht die auti rum die ganze auto haben wie mir fertig irgendwo von der bei uns am cap Punkt rum welche mit dem johann unsere audi ist auch hier klein durch ach so wenn die unsere die andere für den ich dort auch wenn die genauso ist wie unsere dann bald irgendwo quer durchs gelände nächste wie langsam ich hier schleiche da war so die zahl ist ich will nirgten hat vorhin auch abgestorbt gut ist überhaupt jemand bei uns im cap hallo 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 ey wenn wir das verlieren haben wir verloren ich werde unentschieden ist eine ganze sekunden ich werde das kann nicht sein wirklich ich habe 243 zerstört ich habe gekloppt die hat noch zwei panzer würde